Der einzige 5-Sterne-Campingplatz Ungarns Thermal-Camping in Papa hatte gestern hohen Besuch. Pressevertreter sowie Besucher aus Politik und Wirtschaft informierten sich über die Neuigkeiten auf dem modernen Campingplatz. 90 Millionen Forint Förderung wurden vorab durch die Regierung in das touristische Projekt genehmigt. Mit dieser Förderung konnte man in Papa einige Innovationen auf dem Campingplatz realisieren. Bei einem Rundgang konnten sich die Besucher über die Neuheiten informieren. Stolz ist man auf das neue Stromsystem, die neue LED-Beleuchtung auf dem gesamten Platz, neue Mietbäder und die beliebten Holzhäuser, die das Thema Glamping abbilden. Inhaber Gerhard Hoffmann und seine Geschäftsführerin wiesen explizit auf die neuen Begebenheiten rund um die Pandemie hin, die allesamt mit in das neue Konzept eingeflossen sind. Rundum, nicht umsonst ist dieser Campingplatz als einziger mit 5 Sternen in Ungarn ausgezeichnet. Rundum, nicht umsonst ist dieser Campingplatz.